Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Mode-Apero. Ihr Scope Warenhaus hat in diesem Mode-Journal die schönsten Vorschläge der aktuellen Herbst- und Wintermode zusammengestellt. Und daraus möchten wir Ihnen jetzt gerade ein paar Kostproben servieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war jetzt eine kleine Degustation an Mode-Neuheiten. Richtig geniessen können Sie natürlich die Herbst- und Wintermode nur in den Scope Warenhäusern, und zwar im VHZ Basel, Rifflihof Bern, Kiburg Thun, St. Annahof Zürich und in den Scope City Warenhäusern von Aarau, Grenken, Olten, Schaffhausen und Winterthur. Wie immer können Sie mit dem Coupon aus dem Code Mode-Journal einen tollen Wettbewerb mitmachen und interessante Preise gewinnen. Wie zum Beispiel eine zweitäckige Degustationsreise für zwei Personen ins Wallis oder ins Wattland. Und neben diesen Reisen gibt es auch noch Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel ein schönes Zinset oder so eine Karaffe mit sechs Gläser. Und natürlich noch weitere tolle Überraschungen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Jetzt habe ich noch eine Mitteilung für alle Zuschauer aus Standsstaat. Dort wird nämlich morgen Morgen das neue Coupon-Center eröffnet. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehabt haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Bei Coupon gibt es Jersey Fix-Bett-Tücher aus 100% Baumwolle zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel für Matratzengrösse 90 x 190 cm für nur 19 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coupon Café Excellento 250 Gramm statt für 4 Franken nur für 53 und 500 Gramm statt 7,60 nur 6,60. Excellento Wack 250 Gramm statt 3,90 nur 3,40. Pompchips Zweifel Natur oder Paprika 1 Bündel nach Wahl statt 3,10 nur 2,30. Greyerzer Käse 100 Gramm nur 1,35. Schweizer Edammer Käse 100 Gramm nur 1 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Herrdöpfel Palma 2,5 Kilo nur 1,95. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017